Musik Für meinen ersten Trick ziehe ich den Hund aus dem Hut. Dankeschön, Chippy. Und nun was besonders Schweres. Beeindruckt, hm? Nun schaut her. Ich probier's noch einmal. Der Zauberstab funktioniert immer. Langsam beginne ich. Und nun der nächste Trick. Na dann, zurück in den Hut damit. Ziemlich gut. Ich bin orthodidakt, weißt du? Ich kann nicht glauben, dass du so lange zuschaufst. Ich hätte schon längst abgebrochen. Ich rieche etwas angebrannt. Warte. Au, 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 au. Ich will wissen, ob du es besser kannst. Vielleicht finde ich einen besseren Hund. Wow. Ich konnte sie nicht mal nach ihrer Nummer fragen. Und nun etwas Traditionelles. Und nun etwas Traditionelles. Haut einen jedes Mal wieder um. Ich versuche noch einmal die Frau. Ich versuche noch einmal die Frau. Ich versuche noch einmal die Frau. Und nun was praise. Ich versuche noch einmal die Frau. Diese Hausaufgaben langweilen mich. Ich suche den Hund und stecke ihn in den Trockner. Ach, hier bist du. Was ist das? Das alte Zauberbuch? Was für ein Haufen alter Krempel. Okay, Jungs. Dieses magische Papier bringt Essen. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Alizigi, Alizangi, 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 Alizongi. Ah! Ah! Hi, wie geht's? Essen fassen! Nicht viel Fleisch an ihm, Drack. Runter, du kleiner Happen! Braucht noch etwas mehr Pfeffer! Ha-ha-ha-sü! Äpp-ha-ha! Lieber Simon, herzlichen Glückwunsch! Du wurdest aus buchstäblich Hunderten von Bewerbern ausgesucht, um dich auf eine gefahrvolle, aber nichtsdestotrotz interessante Reise zu begeben, wofür du eine hohe Belohnung erhalten wirst. Alles, was du tun musst, ist, mich aus den Händen des bösen Zauberers Sordid zu retten. Zögere nicht, mein wertvolles Zauberbuch und meinen treuen Hund zurate zu ziehen. Ich freue mich schon auf unser Treffen. Ich wünschte, du wärst hier. Mit herzlichen Grüßen, Kalypso, Obermeisterzauberer des Dorfes Fleur.de. PS, bevor du das Zauberbuch benutzen kannst, musst du ein Zauberer werden. In der Kneipe sind ein paar Zauberer, die dir vielleicht weiterhelfen. PPS, die zwei magischen Karten werden dir helfen. Oh, wundervoll. Ich stecke in dieser blöden Welt mit diesen blöden Klamotten fest und nirgends eine Pizzeria zu sehen. Wenn das kein Traum wäre, müsste ich mir Sorgen machen. Hallo, ich bin Rex. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Rechts oben findet ihr Neues zu diesem Format. Links unten das letzte Video von RetoSix. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.